Und dann ist es hier. Es war wieder mal ein Win, Leute. Wir haben Master erreicht. Es ist wie ein Automat, wo du Geld reinsteckst und reinsteckst und reinsteckst und der gibt nicht. Scheiße, das ist hier. Ich bin after, Alter. Warum spiele ich denn noch ein Spiel? Warum mache ich das, Alter? Warum mache ich das nicht einfach raus? So. Next game, next luck. Oder wie man das so sagt. Sprachen lernen, babbel. Next game, new luck. Fangen wir mit dem Schwert an. Dann nehmen wir die. Könnten wir vielleicht mit dem Sniper-Comp hier. Wenn wir schon so einen Start haben, können wir in die Richtung gehen. Auf jeden Fall. Infinity Edge, Giant Slayer, Gym vielleicht. Deathblade. Irgendwie sowas. Gucken wir mal. Build different, ne. Electro-Charge, ne. Duet. Duet it is. Aber ich würde es trotzdem so machen. Und hier den Drexler noch mitnehmen. Okay. Jin Senaori, Caitlyn. Die vier. Und dann gucken wir noch, was wir für eine Frontline spielen. Entweder mit Jace oder mit Wai Seju. Wai Seju Jace könnten wir auch spielen. Brauche ich den Depp? Ich will keinen Deathblade. Ich will Infinity Edge, Giant Slayer am besten. Am liebsten. Nicht am besten. Am liebsten. Am liebsten. Nicht am besten. Am liebsten. Bei Seju Jace, Caitlyn. Ne vier. Jin Sen fünf. Ori sind sechs. Senna sind sieben. Und Seraphine sind acht. Und Gnar sind neun. Ist das hier der Play? Ich finde das geht klar, Digga. Könnten wir auf jeden Fall, ne. Oder halt Irelia. oder Irelia. Gewinnen. Auf zehn gehen. Oder so und. Und ist mal so. Also steht jetzt hier gern Crit oder Bogen. Crit, Bogen, Rüstung. In der Reihenfolge. Crit, Bogen, Rüstung. Crit, Zweck, Bogen, Rüstung. Bogen oder Rüstung. Beides noch da. Ajo. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen Giant Slayer. Und das wird das Infinity Edge, Last Whisper, sowas wie ein Genert. Seju Rexite zwei wäre wichtig für das nächste. Senna zwei auch. Was ist hier denn braun? So, das ist jetzt ein sehr entscheidendes Match. Entweder geht seine wenigstreak zu Ende oder meine. Wie wär's lieber, wenn seine zu Ende geht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Catelyn hier den Luschen ultet. Klasse. Klasse. Das ist klasse. Und wichtig. Und dann nehmen wir dem hier auch noch einen Luschen weg. Machen wir auch noch oben drauf. Full Grief. Shared Spotlight wär halt jetzt noch geil, ne? Hier, Shared Spotlight wär richtig geil. Da hat uns jetzt tatsächlich... Ja komm. Edge of Night hat uns hier ja grad genutzt. Wenn er da kein Edge of Night hat, schippt er da. Rudens Echo, Phony Frontline, Technic Wind. Ist Phony Frontline? Interessant für uns. Wenn ich ein Winningstreak wär, wär's geil gewesen. Wie lange ist es? Second Wind. 50% auf Nothing Helps. Äh, ist das Phony Frontline hier. Das ist hier Phony Frontline. Können wir das nämlich auch so spielen. Was mach ich's damit? Morello? Aber auf wem? Auf Ori. Morello Ori. So. Wir wollen als drittes Damage Item Last Whisper. Das heißt Bogen, Crit, Rüstung. Ist hier unsere Reihenfolge. Crit, oder ne. Crit, Bogen, Rüstung. Crit, Bogen, Rüstung. Crit, Bogen, Rüstung. Crit, Bogen ist auch da. Rüstung ist weg. Alles weg. Okay. Was nehmen wir dann? Belt für Morello. Ja. 4 Gold Belt. Ist doch klasse. 4 Gold Belt ist doch klasse. Was macht die überhaupt? Bringt das überhaupt irgendwas? Weiß ich nicht. Muss das? Ja. Das bringt was. Boah. Wurde, jetzt haben wir ein bisschen gekannt aus. Weiß ich nicht. Nicht so viel, aber es bringt was. Hm. Dann mach ich nochmal Catelyn vielleicht besser. Ja, die Catelyn ist Troll hier. Äh, die Irelia. Ich save die Catelyn behalten müssen. Aber fürs nächste Mal wissen wir Bescheid, dass hier ist safe Catelyn 2 over Irelia. Ganz denitiv. Definitiv nein. So, jetzt ist aber Gnar 2 hier. Das heißt, Ilau, ich kann hier raus. Dafür wäre das. Dann kann man Gnar das hier kriegen. Geh nochmal hoch. Dann ist das hier drin. Und hier kommt Catelyn rein. Das heißt, ich bin jetzt hier. Auf sowas habe ich doch gewartet, ja. Auf sowas habe ich hier auch gewartet. Auf sowas habe ich hier auch gewartet. So. Ich bin Jayes rum, ne. Das brauch ich denn. Ich brauche Last Whisper. Und 2nd Pick. Ja, ich brauche Last Whisper. Ne, mitis. Last Whisper Gin. Die Frage ist, ob ich einen Gin da drin stecke. haben wir stehen lassen ich könnte auch den kinder da hinten und die weiter reinstellen das zeit scheiße sind kämpft ist scherzbott bei der hammer jetzt jetzt so dass scherzbott kriegt es wird ja gold oder prismatic also ist möglich scherzbott ist möglich 51 geben wir auf acht und genau dann für ihr von senna zu weit zwischen 2 und jace oder seraphine diese dinge brauchen wir hier so vier snipers spiel dann brauchen stopwatch es so johin bei ori alles auf 2 einfach ganz nett fragen manchmal manchmal ist es einfach ganz nett fragen so so mit drei was brauchen wir nicht brauchen jinn ori seraphine es ist ori 3 hier immer mit das jinn es ist hier ori 3 nee oder wir wollen neun gehen oder alles scheiß hat mich jetzt hier genutzt die geld kostet die mögliche rory 3 morddog gg klausos kurz vorm druck ist was kein geld mehr verpiss dich aber gut man hängt es halt hier mit einem malz auf 1 verkauft das direkt heißt was soll das also du bist gleich tot du hältst du hast hier eine weih 1 du hast scheiße items gut das war's nebentragen kein jace soll mal haben tank item für die weih 1 drittes gibt es hier sowas ne doch redemption 1 gold redemption schaut bei auch noch zusammen gewesen das finden sie eigentlich noch seraphine 2 vom rein von bord her jetzt nur noch seraphine 2 nur auf 9 jace also kriegen wir aus dem geht es hier so schlalt mit mir genau raus und jace spielen können wir auf acht bleiben hallo da noch ein giant slayer noch ein giant slayer noch ein giant slayer serie hallo serie statt caitlin also ne das haben wir jetzt beginnen wir gehen auf 9 spiel 4 im forster schiepferd schon rein so ein jim in dem pulk den die uhrräder erschafft du musst immer wissen wo pipapo ich hier trägt auch 9 gen sind alle nicht stark. Ich kann eigentlich so bleiben. Ich habe noch 47 Leben. Wir sind völlig entspannt. Völlig entspannt. Wir sind Slow Cushion auf 9. Und schon hat der gute Mann kaum noch Damage. Und er wefft. Ich habe jetzt auf 9. Was will der denn hier? Der will Morgana 3. Wie viel hat der? Morgana Lucien. Da fehlt noch 1 Lucien und 2 Morganas. Wird aber auch nicht mehr viel ändern. Da ist nicht mehr viel zu machen. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Nimm ich einen Jace, wenn ich kann. Der nimmt sich schon den Jace mit dem Tank Item. Aber ich werde eigentlich einen Jace spielen. Jetzt gehen wir hier auf 8. Bringen den 4. Influencer. Und rollen mal runter. Mal gucken, was so geht. Ich will hier noch irgendwas. Jace, Seraphine 2 wollte er uns jetzt hier nicht geben. Ja, Seraphine 2. Mal gucken, ob wir das Wort brauchen. Ich glaube nämlich nicht. It's the first, Leute. It's the first. It's a good start heute. Einmal zweiter, einmal erster. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. und das dann wieder gehen. So kann es weitergehen.